Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, was ihr hier seht, das sind Satellitenaufnahmen des Hurricanes Kirk. Und so wie es momentan aussieht, wird Kirk Europa besuchen. Und zwar auf direkten Wege, könnte man sagen. Er wird nicht in Richtung USA weiterziehen, sondern nördlich ausweichen und dann in erster Linie erstmal für die Azoren ein Problem. Das heißt also, wenn der Sturm die Stärke, die er momentan hat, beibehält und weiter Richtung Norden zieht, dann werden die Azoren die Ersten sein, die das merken, mit sehr starken Windböen, die durchaus dann auch Sturmstärke und Orkanstärke erreichen können. In dem Weiteren wird dieser Sturm tatsächlich weiterziehen und es könnte sogar sein, dass der Europa erreichen wird und dann als Sturm oder Orkantief auch bei uns für windige Zeiten sorgen wird. Die Berechnungen, die momentan vorhanden sind, zeigen die Position am 7.10.2024 bereits bei den Azoren. Das heißt also, es wird wohl dann auch tatsächlich so sein, dass er hier Richtung britische Inseln weiterzieht. Ja, oder vielleicht sogar den Norden Spaniens, Portugal, muss man mal gucken. Also das wird eine sehr spannende Zeit jetzt bezüglich der Entwicklung dieses Sturms. Die Azoren werden allerdings wohl mit bestimmten Windgeschwindigkeiten durchaus betroffen sein. Das heißt also, die Inselgruppe, die wir hier sehen, die sich hier im Atlantik befindet, also eine portugiesische Inselgruppe. Azoren kennt ihr vielleicht sogar, wer war da schon mal im Urlaub? Da könnt ihr ja mal unten in die Videobeschreibung, dann in die Kommentare schreiben, Videobeschreibung wohl eher nicht. Es gibt ja auch vulkanische Aktivität immer wieder. Das heißt also, es kann hier zu ähnlichen Erscheinungen kommen, wie zum Beispiel auf La Palma. Auch hier seht ihr diese Vulkankrater, die sich hier befinden. Das sind ähnliche Ausbruchsszenarien, wie wir das zum Beispiel auf La Palma sehen. Und auch hier gibt es immer wieder Anzeichen, dass das tatsächlich mal passieren könnte. Aber gut, ein Hurricane wird dafür nicht verantwortlich sein, dass das dort passiert, sondern hier sehen wir einen Wechsel wahrscheinlich auch bei uns, was das Wetter angeht. Könnte sein, dass dieser Sturm tatsächlich auch die weitere Entwicklung jetzt im Herbst beeinflusst. Aber es könnte auch eine positive Entwicklung sein, denn wenn dieser Sturm hier tatsächlich Richtung britische Inseln sich weiter bewegt, würde es zu einer Südwestströmung kommen und bei uns würde es sogar sehr warm werden. Das heißt also, das kann durchaus sein, dass wir dann 20 bis 25 Grad im Oktober bekommen werden aufgrund des Sturms hier. Aber so weit sind wir noch nicht. Momentan ist es noch nicht ganz sicher, wie die Zugbahn dann definitiv sein wird. Und hier unten sehen wir dann auch schon einen neuen Hurricane, der sich bis dahin entwickelt haben wird. Und dann muss man mal gucken, wo der hinzieht, Karibik oder dann vielleicht auch nördlich ausweicht. Das ist auch noch nicht ganz sicher, wie sich diese Sturmsysteme im Großen und Ganzen entwickeln. Aber ja, es ist ein beeindruckender Sturm. Das heißt also, wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo wir so 150 Stundenkilometer dann auch sehen, was die Winkelschwindigkeit und Spitzenböen angeht. In diesem Programm hier im Übrigen kann man sich das ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir zum Beispiel nochmal zum zweiten zurückgehen, das sind ja auch dann gemessene Informationen, die wir aus diesem System bekommen, dann sehen wir also hier unter anderem in diesem rötlichen Bereich auch Winkelschwindigkeiten bis ungefähr so 100, ja sind jetzt momentan so über 100 Stundenkilometer oder kmh, damit man es auch vernünftig ausspricht. Da ist also dieser Sturm wird sich allerdings dann verstärken. Und das ist ja Oberflächenwinkelschwindigkeit. Wenn wir uns da mal die Winkelschwindigkeiten in größerer Höhe anschauen, also bei 850 Hektopascal, das ist ungefähr 1500 Meter über dem Meer, da haben wir dann schon 140, 150 Stundenkilometer oder kmh. Und ja, durch die generelle Dynamik in so einem Sturmsystem werden diese Windböen auch immer wieder nach unten transportiert. Also die Windgeschwindigkeiten, die dann auf der Seeoberfläche dann auch zu spüren oder zu messen sind, die können tatsächlich dann auch zumindest teilweise in Böen in diesen Bereich reingehen. Und was passieren wird die nächsten Tage, ist, dass sich dieses Sturmsystem dann verstärkt. Das heißt also, wir bekommen hier tatsächlich dann eine Situation, wo wir dann auch uns im Hurricane befinden sozusagen, also was die Windgeschwindigkeiten angeht. Also eine sehr interessante Geschichte, könnt ihr mal beobachten, wie sich das weiterentwickelt, auch die nächsten Tage. Und dann mal schauen, wie das dann in Europa aussieht. Also wenn sich der Sturm hier über dem Atlantik einigermaßen hält, kann das auch bei den britischen Inseln Nordfrankreich tatsächlich für Windgeschwindigkeiten so um die 100 bis 120 Stundenkilometer oder Kilometer pro Stunde dann auch führen, was dann natürlich auch wieder ein Problem für die Küstenregionen ist bezüglich Sturmfluten und so weiter. Aber noch sind wir nicht so weit, das ist alles noch ein bisschen zu weit weg und kann man momentan tatsächlich noch nicht genau prognostizieren, wie sich das dann entwickelt. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, beobachtet das Ganze mal, auch mit diesem Programmchen. Wie gesagt, ich packe euch das unten in die Kommentare. Das jetzt allerdings in die Videobeschreibung, ja, kannst du allerdings auch in die Kommentare schreiben, ne, bezüglich der momentanen Prognose, bezüglich der Windfelder auch, die sich daraus entwickeln. Und ja, ein Thema haben wir natürlich auch morgen, übermorgen vermutlich einen geomagnetischen Sturm, der uns dann vermutlich, wenn wir Glück haben, auch über Deutschland dann Polarlichter beschert. Allerdings ist das auch noch sehr unsicher. Das Plasmafeld, was uns da erreicht, ist sehr, sehr klein und es muss uns genau treffen. Und man kann sich schon mal darauf vorbereiten. Ja, vor allem in Norddeutschland könnte es tatsächlich für schöne Polarlichter reichen. Aber der Rest von Deutschland ist die Prognosemöglichkeit jetzt momentan noch beschränkt, weil wir eben aufgrund des Feldes, des Plasmafeldes einfach zu wenig Informationen haben. Im Übrigen beobachtet es auch immer sehr genau, was auf der Sonne so passiert. Das heißt also, wir haben hier verschiedene Satelliten, die dann die Möglichkeit auch bieten, dass wir das untersuchen können. Und momentan ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele aktive Gebiete haben und hier heute auch einen wunderschönen Ausbruch in dem Bereich hier. Das heißt also etwas, was durchaus sehr imposant ist, aus einem Sonnenfleckengebiet heraus ein Filament, welches sich hier ablöst. Also auch ein wunderschöner Ausbruch und im Übrigen auch hier eine Plasmabeschleunigung aus dem System heraus. Das heißt also dieser Plasmastrahl, der hier herausbeschleunigt wurde. Und dadurch entstehen natürlich jetzt auch immer neue Möglichkeiten, vor allem auch in diesen Bereichen hier, dass wir tatsächlich Polarlichter zu sehen bekommen, wenn denn Ausbrüche stattfinden. Da ist also sehr interessante Themen in den nächsten Tagen, unter anderem ein Hurricane, der sich Richtung Europa bewegt. Dann haben wir eine sehr aktive Sonne momentan, die uns eventuell Polarlichter bescheren könnte. Ja, aber bei allem, unter anderem auch bei der Sonne, ist eben dann auch der Hurricane vielleicht jemand, der das in die ein oder andere Richtung dann auch beeinflussen kann. Wenn das Wetter gut ist, ja, dann kann man natürlich auch Polarlichter beobachten. Wenn das Wetter durch den Hurricane verschlechtert wird, dann eben wohl eher nicht. Aber wie gesagt, unser Sonnensturm oder unser geomagnetischer Sturm ist ja heute, morgen und übermorgen, wenn er uns denn trifft. Somit hat der Hurricane jetzt momentan noch nicht mitzureden. Nur bei dann aktiven Systemen auf der Sonne, die jetzt einen Ausbruch verursachen würden, müssen wir uns dann darüber unterhalten, ob der Hurricane so am 7. tatsächlich irgendwie mitspielt bezüglich auch des Wetters. So, und jetzt wünsche ich euch endgültig eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, und jetzt wünsche ich euch. So, und jetzt wünsche ich euch.